Hey du Sonja, du kennst doch den Peter Maffei. Das ist so ein kleiner Mann, der singt so über sieben Brücken musst du gehen und so. Ich finde den voll korrekt, aber ich habe da eine Theorie zu diesem Peter Maffei. Willst du den mal hören? Ja du hältst mich bestimmt für Verschwörungstheoretiker oder so, aber ich glaube da voll dran. Peter Maffei ist voll erfolgreich oder ist nicht so? Mega. Mega drüber nachdenken soll. Hat er nicht eine Warze? Ja. Richtig, der hat eine Warze. Und jetzt kommt meine Theorie über Peter Maffei. Früher gab es nicht so korrekt gute Playback Scheiße und so. Also hat Peter Maffais Warze für ihn gesungen. Du verstehst? Peter Maffei hat also eigentlich nur synchronisiert, seinen Mund dazu bewegt, während seine Warze sang. Das ist meine Theorie. Deswegen hat er bis heute auch noch die Warze im Gesicht. Sonst wäre es ein Erfolg nämlich im Arsch. Ja. Das ist echt voll nicht tiefgründig. Du musst da voll dich reinversetzen in dieses. Wieso? In dieses Geschehe. Dann klingt das alles total logisch. Ne? Finde ich auch. Ja.